Ja, genau. Du hast ne Pfeife gleich in der Hand. Oh, cool. Aber nicht mit der Trillerpfeife. Im Takt. Und jetzt. Hört wie es war, hört wie es war, auf unsere Tour im letzten Jahr. Hört wie es war, hört wie es war, auf unsere Tour im letzten Jahr. Wir waren neu auf dem Weg nach Pöth. Wir fuhren alle mit dem Rad auf Luft mit ein bisschen Öl. Ja, wie es damals war, das weiß ich noch genau. Ich hab geschwitzt wie eine Sau, mein Hintern war ganz grün und abrund, was mir den Rest gab. Na Mensch, das war deine Frau. Hört wie es war, hört wie es war, auf unsere Tour im letzten Jahr. Hört wie es war, hört wie es war, auf unsere Tour im letzten Jahr. Zu einem Fahrradtour, die kann ich euch empfehlen. Da tut es doch Idioten jeden, sich in Urlaub gewählen. Er hat den Weg verfehlt, ist mächtig in den Krach. Bedauert fährt, lag er im Dreck begraben. Unter dem Gepäck im Hinterrad hat er eine Acht. Na und, da haben wir eine Neun draus gemacht. Eine Neun? Natürlich. Hört wie es war, hört wie es war, auf unsere Tour im letzten Jahr. Hört wie es war, hört wie es war, auf unsere Tour im letzten Jahr. Also du pfeilst gar nicht erst, ne? Das klappt nämlich beim Tett nicht mehr so richtig mit den dritten Zehen. 30, 40 Grad, hey, Oberkörper frei. So rollten wir durch Berg und Tal, auch Mädchen waren dabei. Komm, rief mal jemand Pause, rief mal jemand Prost. Und trotzdem habe ich's geschafft und wurde auch nicht ausklappt. Die Mädchen haben mich bestaunt, das war dann auch mein Trost. Nach drei Tagen schon, dann war das Ziel erreicht. Man konnte erst Gemöwen sehen, die Medale gingen leicht. Drei Tage waren das nur? Ja, ja. Mir kam das vor wie ein Jahr. Nee, nee. Und wie ich so am Rüben war, mein Blick war auch nicht mehr ganz klar. Da hab ich nicht mal gemerkt, wie ich hin zum Wasser fahr. Da fuhr dich doch gern mit deinem Janzi und Mumpelmang, die Ostsee. Hört, wie es war, hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Hört, wie es war, hört, wie es war, auf unserer Tour im letzten Jahr. Dankeschön.